Das Repository von Chemotion dient zur Publikation sowie dem Austausch von Forschungsdaten mit der globalen Wissenschaftsgemeinschaft. Es folgt dabei den FAIR-DATA-Prinzipien. FAIR steht dabei für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Das Repository von Chemotion ist eine Open-Source-Software. Auf der Startseite werden unter anderem kürzlich im Repository publizierte Samples und Reaktionen gezeigt, sowie die Anzahl von bisher publizierten Samples, Reaktionen und Analytik-Daten setzen. Innerhalb der Publikation wird zwischen Reaktionen, Samples und Scheme-Only-Reaktionen unterschieden. Es ist somit möglich, sowohl vollständige Reaktionen als auch gezielt isolierte Verbindungen mitsamt entsprechender Analytik zu publizieren. Bei Klicken auf eine Reaktion öffnet sich eine Übersicht der publizierten Daten über die jeweilige Reaktion. Wichtig an dieser Stelle ist, dass nicht alle im Repository hochgeladenen Forschungsdaten automatisch veröffentlicht werden. Die Forschenden, die die Daten publizieren, können festlegen, wer die Daten einsehen kann und welche Daten genau veröffentlicht werden. Allen im Chemotion Repository veröffentlichten Datensätzen werden die OI-Nummern zugeordnet. Die OI steht dabei für Digital Object Identifier. Somit kann jeder Datensatz eindeutig zugeordnet werden. Auch Zitationen dieser Datensätze werden damit ermöglicht. Neben Versuchsbeschreibung können auch Analytikdaten ausgetauscht werden. Das Vorhandensein von Analytikdaten unterscheidet die Einträge in der Kategorie Reaktion von denen in der Kategorie Scheme-Only-Reaktion. Bei letzteren Reaktionen wird keine Analytik mitveröffentlicht. Das blaue Symbol an dieser Stelle wird als X-Vile-Symbol bezeichnet. Es weist darauf hin, dass die Substanz im Molecule Archive der Compound-Plattform, eine Serviceeinrichtung für die Registrierung und Lagerung von chemischen Verbindungen, registriert ist. Es ist somit möglich, eine Probe dieser Substanz für akademische Forschungszwecke zu erhalten. Nach Registrierung und Anmeldung beim Repository erweitern sich die Optionen in der obersten Leiste. In MyDatabase finden sich alle eigenen, zum Repository hinzugefügten Datensätze. Sollen diese Datensätze publiziert und somit öffentlich gemacht werden, werden diese zunächst von Mitgliedern der Chemotion Repository Group überprüft. Hierbei wird vor allem auf Vollständigkeit der Daten und Formalitäten geachtet. Diese Daten sind dann im Ordner Review zu finden. Vor der endgültigen Veröffentlichung kann dann noch einmal ausgewählt werden, ob alle oder nur ein Teil der Daten veröffentlicht werden sollen, sowie welche Personen die Daten einsehen können. Wird bei Veröffentlichung der Zugang zu den Datensätzen limitiert, fallen diese Publikationen in die Kategorie Embargoed Publications und können in diesem Ordner verwaltet werden. Auch bei den Reaktionen und Samples stehen nach Anmeldung mehr Optionen zur Verfügung. Zum einen sind die Spektren, zum Beispiel der NMR, IR und MS-Messung zugänglich. Zum anderen können von anderen Personen publizierte Inhalte kommentiert werden. Und es besteht die Möglichkeit, Reaktionen und Samples mit der eigenen Database zu verknüpfen. Außerdem ist eine Registrierung und Anmeldung beim Repository Voraussetzung dafür, um selber Forschungsdaten im Commotion Repository einreichen und publizieren zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017